Hallo, hier ist wieder Lena aus dem Haus der Jugend. Heute habe ich die Anna-Lena mitgebracht. Hallo, Anna-Lena. Dich kennen wir, oder einen, die Jugendliche kennen dich vielleicht, aus? Wir haben ja gestern schon angefangen mit der Herausforderung. Gestern war das Thema Ball hochhalten und heute haben wir uns gedacht, machen wir mal ein Face-to-Face-Battle. Das heißt, wir schauen mal, wer sich in Corona-Zeiten am besten fit gehalten hat zu Hause. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich mache nur noch halb so viel Sport, weil mein ganzer Ballsport wegfällt. Wie sieht es bei dir aus? Ja, man muss sich jetzt eben Alternativen suchen, aber es gibt, glaube ich, genug Möglichkeiten, sich fit zu halten. Aber auch bei mir fällt leider viel weg, weil Teamsport ist halt jetzt gerade nicht. Genau. Deshalb schauen wir mal, wer fitter ist. Und wir haben das so gedacht, jede von uns hat sich jetzt eine Übung rausgesucht. Ich habe mir die Jump Squats, also auf Deutsch Sprung-Kniebeugen, ausgesucht. Wir machen es nochmal für alle vor, weil ihr seid natürlich allerherzlichst eingeladen mitzumachen. Ein Jump Squat, ich zeige euch mal von der Seite. Wir nehmen die Arme mit. Das heißt, wir gehen runter und springen hoch und nehmen dabei die Arme wieder mit. Und ganz einfach. Könnt ihr alle gerne mitmachen oder zu Hause nachmachen und uns dann gerne auch schreiben, wie viele ihr geschafft habt. Bist du bereit? Auf geht's! Okay. Du zählst an. Drei, zwei, eins. Ich bin raus! Nein! Doch! Scheißig! Oh mein Gott. Ich hör auf! Ich bin natürlich ein 100 Erwerbnehmer, aber gar keine Ổme. Okay.